Hallihallo, Martin hier aus Thailand. Also wir laufen jetzt heute am Dienstag, der 5. Januar, laufen wir jetzt mal runter zum Soi Binda Bhat, unter anderem auch die ganze Bar-Restaurant hier. Ich drehe mal rum. Also hier haben wir Restaurant geschlossen. Was ich noch dazu sagen wollte, also bis auf weiteres soll geschlossen bleiben. Angeblich bis am 6. soll wieder aufgemacht werden, der Lockdown. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Hier haben wir noch links eine schöne Tempel, mitten in Hua Hin. So, jetzt laufen wir mal hier ganz gemütlich in den Soi Binda Bhat rein. Hier sind sie noch ein bisschen am Tinkau. So, hier haben wir Suki Mamma Mia Bhat C69. Hier war einmal das Seven. Hier ist wahrscheinlich auch zu vermieten oder zumindest mal die Pacht zu verkaufen. Zug Vialia Hotel. Ja, ziemlich krass. Da haben wir noch etwa die Area vom Biergarten. Das war einmal der Biergarten. Da kam ich auch ab und zu mal her zum Billiardspielen. So, gehen wir noch ein kleines Stückchen weiter hoch. Also auch die Massagen haben zu. So sieht es hier auf der linken Seite aus. War einmal einladender, respektive auch ein Hotel. Hier, Promotion. Aber das ist wahrscheinlich auch komplett zu. So wie das jetzt im Moment hier aussieht. Ja, traurig. Hier, Pink Panther Bar Tattoo. Fischbar. Das war es schon mal vom ganz kurzen Abstecher hier. Heute am fünften Dienstag Januar Soi Binda Bhat. Da haben wir es noch einmal. Hemingway. Da rund dazu es. King Bar Taxi. Und jetzt sind wir quasi hier auch schon am Hilton angelangt. Gut. So, das war es dann von dem kurzen Ausflug. Ganz kurzer Trip. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis die Tage. Und dann bis bald. Ciao. Ciao.